Hallo! Ja, ist auch kein Redding. Hallo! Jungen! Mann, wie oft hast du mich jetzt gekillt mit deinen scheiß Granaten? Ja, das war schon lustig, aber das muss man aber ausnutzen, wenn man das ist. Dann guck mal hier Basti, hast du auch ne Plasma an dir? Ist das? Ne, das ist ne Winchester. Jetzt sind sie eben, jetzt sind die Waffen verteilt. Ich find hier nicht mal Waffen. Du musst, du musst, äh, äh, Shaim? Ja. Du musst die, ähm, äh, äh, ja, äh, Schlüssel und Vasen zerstören. Mit der Kroba. Und das sind Waffen drin. Oder wahlweise auch mit richtigen Waffen. Mit richtigen Waffen? Das ist die Kroba, keine richtige Waffe. Richtige Waffe? Nein, eine Kroba ist eine improvisierte Waffe aus seinem Werkzeug. Oh, hier liegt ne ABP! Die Vektor! Alter? Oh, ich bin ne Techniker. Wie die AWP! Ey! Alter, es geht euch! Max, hör auf! Oder Hasi! Ich hab nichts, ich hatte keinen Weg meiner Waffe! Ich suche hier noch ein Wetzelfeld nach einer Waffe. Alter, wenn Max so lacht, dann ist der das wahrscheinlich schon wieder. Ey, unsere KV, du gehst mir gleich schon auf den Sack mit meiner Lassen. Was ist das? Ah, das hat keiner Traitor auf! Wir sind nicht, Alter! Wir sind ja, wir sindaufhin geschossen, wir sind angeschossen! We sind es,bene ist es, desnme ist es, desnme ist es, desnme, desnme. Lassen, also die KV, desnme ist es, desnme ist es. Lassen, oder? Doch! Der hat mich angeschossen! Und ich hab sie aber arg gewonnen. Und ich hab so viel. Wo ist, Dommel! Okay, also... Dumme ist es... aber sie ist mir dafür glaubt immer leute ich sehe gar nichts was ist das für müll das ist eine traiter falle aber da sieht keiner oder was die kalt ich hab ein weibling hock der zu tot nein der kleines blöcher bin ich so verdächtig in meine richtung haben das ist voll super das bb ich wurde aber schon angeschossen ich kann nichts dazu weil er so nah bei dir war war er war die eigentlich hinter dir so wo ist er aber wenn er so ein easy kill nicht nimmt dann denke ich mal ist die kämpfe ich habe es nicht hier oben die ganze so easy okay ist los erne ich will ich mag es für die gleiche haben max ist also tot nein nein ich bin nicht ganz tot sind die fucking gleiche nicht komm einfach da zu dieser hohen position und dann der hohen position und scheinbarin siehst du mich Paul siehst du mich hier vorne hat sein hast sie aber nicht dass es ist ich bin ich nicht so weit hast du hier unten rechts unten ja aber du hast die junge ja 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 es ist wahrscheinlich das geld anstrex ja ich lass mich machen danke bei mir könnte es noch bibi sein oder mag nee mag es nicht mag ich gehe auch davon aus wie sie sind ich gehe auch davon aus wie sie sind ich gehe auch davon aus wie sie sind ja das ist meine lieblingswaffe nee ich Paul ist glaube ich aussehe ja der ähm dk wäre ähm ja aber Hasbro ja ja dk hinkommst bei Hasbro ab und da hat er vom vp jetzt ist das problem dk und paulo und schein leben noch wenn nur noch paulo und schein aber für mich ist dk safer als schein ja für mich auch äh ich werde angeschossen ich werde angeschossen von irgendwo ja irgendwo ähm besser oder nicht ja ich auch ich auch ich hab da nicht gelassen aber wo ja das schein das schein der ist auf diesem berg wo du das basti warst als ob da ja der ist immer noch da hinten ja ich sehe ihn ok da hinten an der ecke ist oder was ja das ist an der ecke des gebäude weißt du ganz ehrlich da schießt man zweimal mit der shotgun voll gegen den kopf weißt du und der stirbt einfach nicht was du's hast ja verstehe ich auch nicht äh nicht gegen den kopf da geht die hälfte der pellets vorbei nein aber ich meine auch nicht mal gegen den kopf aber diese 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 streue shot kann diese zwei ich schieße den gegen den kopf und der stirbt nicht nicht gegen den kopf schießen nein nein ich habe nicht gegen den kopf geschossen nein aber man muss der das erste mal vielleicht gegen den kopf aber das zweite mal geht definitiv nicht gegen den kopf sondern gegen körper aber die hat einfach nicht getötet also inwiefern zweifel hast du quasi vier rounds in den kopf nein also wichtig also zweimal halt getroffen das sieht aber mega aus also hast du einmal zweimal beide oder wie ich weiß ja ich habe zweimal abgedrückt und beide haben eigentlich voll getroffen aber zweimal mit links klick oder zweimal mit rechts klick abgedrückt das macht bei der shot kann keinen unterschiedlichen nein wenn du rechtsklick machst kommen dir zwei schüsse raus ich bin schon wieder bei der was ich habe geschossen ich will die vase kaputt machen mach die vase kaputt alter du hast dich sehr schön gemacht du hast dich sehr schön gemacht du hast dich schon wieder ich bin jetzt tötet alle ey vielleicht sind es ja auch wieder die gleiche Traitor gleich mal ausprobieren alle äh auf mich wird gesniped von wo? ja ich hab keine Sniper der Mann hat mich angeschossen scheinbar es nicht scheinbar ich hab ne Galil ich hab ne GP ich grad mich noch scheinen warte das muss nicht derzeit gewesen sein ich hab 290 GP aber auf mich wurde das hat sich angehört wie ne Pistol meiner meinung nach ich hab nix du bist tot du bist Paul aber du bist safe oder? du bist Dominik hasi hinter dir ist Bibi will ich jetzt nicht unbedingt sagen ja ich wollte es nur erwähnt haben also safe bin ich nicht unbedingt aber nicht dass jetzt was du mir ist passiert hey ganz ruhig ja doch mal das ist mein Verständnis ich dachte grad so ich dachte grad so ich hab kurz einen erwischt der hier hätten kaufen will weißt du aber du hast dich halt die ganze Zeit bewegt deswegen nein DK ist bei mir oh die Stullen Andy ja auf mich wurde geschossen ich hab grad gewiss Bock auf Früllen ist jemand zum Schrauben ist schon jemand gestorben ist schon jemand gestorben und Nisbasti auf mich wurde geschossen ja Dominik ist hört Hasi ist am Kaufen das kann man nicht mehr zu 100%ig auf sich halt sagen Hasi war tötet Hasi war tötet Hasi war tötet Hasi war tötet ne das war grad so du hast grad so cool das aus als wärst du vergiftet Dominik wurde angestein ne ne nur angeschossenes nein hätte mehr schaden gemacht dass grad jemand in den Raum kam Gartenzwerg oder DK aus meiner Sicht was heißt ich hab mit Dings ja du hast mich hast du mit drauf geschossen und da hast du nur konfirmt das riesenunterschied nur konfirmt also aber auf Gartenzwerg wurde doch aufgeschossen oder Leiter Moment Gartenzwerg ich wurde grad Max ist hier Schau mich ist du schon Max ist hier ne ich nicht Basti 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 I love you Sean ich wurde grad grad vor irgendwas brennen das ist seitlich von Max wir haben was aber was spricht aber gegen Scheim also für Scheim ich hab Hasbro getötet ja er hat sich Shoele getötet also ha ist es Max Junge nein 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 nicht konzentrieren beim schießen die stunden an die schießt schon wieder wenn du sie aus dem hauen macht der polis doch schon tot aber fährst du oder max ne ich wurde an ich glaube ich wurde angeschossen er trotzdem kann man sich hier du kannst es auch sein aber maxi aus meinem abschließt max maxis ganz ruhig macht man bekommen und so gut gedacht hat das schein katzenfutter das sein bei max reiß das wenn er beleidigte leberwurst spielt oder was man ist denke ich immer direkt schießen wenn jemand einfach nur um steht können wir nicht immer sagen hast du ein passbuch ja weil die garten zwerg keine frage also der ecke stand wolltest du kaufen ja ich hab mir schon gedacht da wollte bestimmt kauf und vor allem mich hat gar keine angeschossen ich bin einfach nur runtergefallen also mich hat wirklich am Anfang der runde geschossen ja das war ich weil ich wieder waffe wechseln wollte warte die 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 feuerwaffe die feuerwaffe ist ja bei jetzt nicht verboten ne die feuerwaffe war die kleine frage jetzt wirklich war und jetzt wird es abgemacht also jetzt ist es wird es durchgemacht wird diese feuerwaffe jetzt verboten die laserfeuerwaffe ich bin dagegen wir haben einen der sich enthält und einer der ist dagegen und einer ist schon dafür was was die feuerwaffe warte jetzt tötet mal bitte nicht um einfach die feuerwaffe ich kann sich in so ne trecksrolle freuen hallo ganz ruhig mit Wasser feuchtbar hallo Basti jetzt sag doch mal ob du für die feuerwaffe bist oder dagegen DK taucht nicht mehr auf DK Basti Hasi achso bist du für die waffe wo ist DK denn nein ich bin dagegen gegen die waffe ok das sind wir 2 1 1 Nein DK ist hier unten Hasi 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 Hasbro. Von mir aus kann die Lüfen bleiben. Von mir aus auch. Okay, das sind aber 3, 3, 3, 3. Warte, jetzt fehlt die Antwort nur noch von mir, Leute. Hätt geschossen. Oh Gott. Schön, dass du mich gar nicht, meine Meinung gar nicht interessant ist. Ach, hab ich dich vergessen? Okay, Dicay, was ist deine Meinung? Ey, Max, was machst du? Was ist deine Meinung? Für dich gleich. Dicay. Ist ja nicht interessant. Nein, doch, ich hab dich einfach vergessen. Ja, siehste. Ja, warte, jetzt mal ach, warte. Wer schießt hier grad mit der Laserwaffe rum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich bin doch noch 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir dürfen gerade so ähnlich nicht töten. Okay, warte, warte. Hasbro ist dafür drinbleiben, ne? Ey, warum schießt du mich an? Ey, Stollen, Andi. Ey, warum hast du mich an Dominik angeschossen? Ich hab Dominik nicht angeschossen. Natürlich hast du mich grad angeschossen. Was soll das denn? Weißt du? Oh, Alter! Da glaub ich ihn schon wieder super an! Eigentlich sollte ich nie halt dafür erschießen, ey. Macht doch! Plöööööööäh! Denk ab jetzt schon mitgendeinem Ball nicht. Ne, von giving papers grammt. Ich glaube Yijז ist das. Der sagt nicht, der hat, der mich anschießt. Ja. Komm wir töten Poterzo, wir findens raus. Nein. Ge behavioral von mir Max. Seine Scheiben, Love Dude! Ey, was soll denn Müll jetzt schon wieder? Ja, ok. Doch ich bin auch drauf für Scheiben zu töten. Nein. Ich schieße ihn! Für so ne Hetzerei bin ich eigentlich stark dafür. Geh mit Gott, aber geh. Ja, Alter. Richtig geil. So, damit bin ich safe. Und Gartenzwerg auch. Und vor allem bist du fast nicht. Schieß mal auf die Leiche, bitte. Von wem wird er getötet? Von Max, glaub ich. Aber ich glaub, die verschwindet. Bitte, 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 bitte. Max ist safe. Ich bin auch safe. Ich wurde von dem Typen angeschossen. Scheim hat mich angeschossen. Wow. Alter, Max. Boah. Warte, das EK-Trainer. Oh Mann, Alter. Jetzt wieder wird sich ein Zeichen in die Auswahl. EK, Leiche runterlassen. Nach dir. Was sagt er jetzt eigentlich, dass Paul safe ist? Der meint das ja nur für sich selber. Ich weiß, dass ich das nicht bin. Ja, aber du kannst ja auch lügen. Jetzt mal aus sehr innocenten Sicht. Verstehst du? Ja, ich sag's nur laut für mich, dass ich mal den Gedanken zusammen hab. Tut mir leid. Ach so, du kommst in die eine Richtung. Also ich kann Pauls Gedanken dann halt verstehen. Problem ist, wir haben noch zu viel. Hasi, das wird das. Aber ihr seid alle da, der wird ja nicht rumballern. Also Hasi und ich sind Innos. Warum? Und das weißt du? Weil ich... Weil er safe ist und das da unten links stand. Warum ist er safe? Warum ist DK safe? Ja, weil... Ja, das weiß ich ja nicht. Und was mit Hasbro? Weil das unten links stand. Ja, Hasbro hat DK erschossen. Keine Ahnung warum. Ich hab ihn wiederbelebt. Hä? Hä? Hier, Paul und Dommer können sich 1v1. Hä? Hä? Eigentlich ja schon. Nur Paul... DK? Ja. Warum bin ich es jetzt? Das sah so aus, als ob du mich töten wolltest. Also Dommer hat mir geholfen, die Läsche zu vernichten, ne? Aber Paul war halt auch für Schein zu töten. Also... DK ist... Was ist das hier schon wieder? Ja, vielleicht würde es einfach sagen, dass Dommer und Andy sich 1v1. Passiert! Hä, wer ist denn Andy? Paul und Tert zu dürfen sich 1v1. Nein, ich sag... Ich sag aus Grund nein. Weil ich den Kampf definitiv verlieren werde. Ah, da ist Dommer, Nick. Ja, ich hab kein Leben. Da, bei den Bäumen. Unter den 7 Bergen? Also, Paul wird dich nicht angreifen. Also, ich kenn ihn halt nicht. Äh, äh, ich hab da leider nichts gehört. Ich sag's nur so... Nein. Ja, da gibt's nichts mit 7 Bergen. Also nicht, dass ich... Ja, keine Ahnung. Deswegen... Alter! Hi! Oh, Scheiße! Oh, ich da... Oh, Scheiße, Mann! Ähm... Kannst du... Kannst du dir mal bitte... Ey, weil... Hasi hat gesagt, bei den Bäumen und da war das mein erster Reflex. Ja, das ist einfach hier. Ja, das ist einfach hier. Das ist wirklich... Also, ich hab schon meinen Defibrillator weg. Aber warum wolltest du den... Warum wolltest du den Dominik instant töten? Man kann... Du hast doch noch Fretis. Du kannst ihn noch mal kaufen eigentlich. Warum wolltest du denn... Man kann... Defi kann man nur einmal kaufen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten, da hinten. Bei der Baumreihe. Aber Paul, warum wolltest du den instant Dominik töten? Ja, weil... Das ist für mich so... Oh, Leute. Ihr seid alles zu Huren, Söhne. Ich bin dafür, dass wir den töten. Ja, Scheiben. Aber du hast auf mich geschossen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Nö, aber du hast auf mich geschossen. Pass auf, Dicke. Du hast auf mich geschossen. Wer hat denn, wo der hat so angeschossen? Ja, wer... Das fragt mich jetzt. Wer hat denn dann mich angeschossen? Das war Max. Hä? Wo bin ich denn vorher angeschossen? Anti-Made. Wunderlich. Na, Scheiben. Faz auf. Das Ding ist, ich wollte dich töten, damit du... Damit ich dich wiederbeleben kann. Nein, damit ich dich wiederbeleben kann. Damit ich echt safe daste... Ja, ist glücklich so. Da brennt noch meine Leiche. Das wusste ich ja nicht, dass das geht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Weil sie stehen da so... Ich steht da so, das ist jetzt nicht wahr. Dass das jetzt grad vor mir passiert. Warte, Domi, ich wollte dich eigentlich direkt danach erschließen, weil du oh lol meintest. Mit was? Und ich hätte mir so, warte mal, das hätte jetzt nur eine Schöne gewesen. Aber wenn ich die Töte und der Töte, es wird jetzt 1000% gewonnen. Was ist denn schon wieder gekommen, Alter? Alter, ja, ich bin so... Oh, ich bin Innocence. Scheiße. Aber ich hab das mit Dicke und Hasbro nicht ganz verstanden. Warum Dicke jetzt safe war, das hab ich halt deutlich verstanden. Aber ich wollte halt nicht lachen. Pass auf, pass auf. Dicke hat doch Hasbro getötet, oder? Alter. Max, der Klick, den ich dir gegeben hab, der war schon ziemlich geil, oder? Was seht ihr? Ich hab mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, als ich dann unten links geduckt habe. Ja, aber... Das war aber auch irgendwie ein bisschen nur von dir. Weil Hasi sagte, Dominik ist da bei den Baum rein. Ich war halt auch voll auf den Baum, aber... Weil er meinte so, nee, wir wollen mich aus Prinzip nicht... Warum kommt ihr wieder schon zu mir? Ach, scheiße! Warum kommt ihr wieder schon zu mir? Oh klar, Junge. Tötet mich, Alter, kein Bock mehr. Ich lauf gleich am Mock. Hervt mich nicht, Mann! Ja, typisch. Ja, das ist cool. Warte, der ist echt getötet. Max war sogar tot! Weiß nicht, ich stand grad hinten... Ey, lass Max verbrennen! So! Ey! Dann kann man die verbrennen. Ja, die Leichen kann man verbrennen mit der Waffe, die ich habe. Ja, Basti war eh nur ein Waffe. Ja, dann lass mal die Kälte, lebt mal Max, äh, Basti wieder. Wem? Basti, bei uns. Hat nen Amoklauf sogar genützt, Alter. Paul lacht nicht so behindert. Warte, das heißt, warte, Haspo ist nicht hier. Haspo lebst du noch? Dann ist es Paul. Dann bist du's. Ey, war die nicht verboten, die Waffe? Nein, die Waffe ist nicht verboten, weil die viel zu wenig Schaden macht. Ich hab gesagt, ich lauf gleich am Mock, Alter. Ja, typischer Random-Killer halt. Ach so, sagst du, Paul? Hä? Ja. Weil ich meine, du regst dich auch über mich auf, aber macht's kein Dirt besser. Ich hab gesagt, nervt mich nicht. Guck mal, Basti, hast du gesehen, was sie für eine Genauigkeit hat? Gar keine. Guck mal, wie oft hab ich dich jetzt getroffen? Basti steht neben mir, die sperren mich ein. Aber einfach nur zu sagen, perpiss dich. Als Maul. Einfach nur zu sagen, perpiss dich als Tötungsgrund. Doch, würd ich schon sagen. Ich mein reiner Ausländer, dann noch so ein Drecksmischling. Hä, warum, aber ich würd, ich würd das eigentlich schon eigentlich, äh, ich selber, würde das sogar als Tötungsgrund, ähm, reichen, wenn jemand sagt, er kam jetzt, also... Ja, du weißt, wer jetzt zu dem kommen wird. Wie es nicht je hinterherlaufen und die erschießen wird. Fuck you all, bitches. Wünschen der Bulle. Nein, die will ich nicht. Die will so. Nein, die auch will ich auch. Na, jetzt konntest du auf seinem Schwitzer-Shit schon. Ja, passiert, ja. Mutti ist Spaghetti. Oh, ich bin erster, Leute, easy. Get back, bitches. Tschüss. Akimbo Barretas. Akimbo. Boah, diese Animation ist so geil. Wow, ich find's gut. Ja, aber sonst kann die Waffe nicht jetzt. Alalala. War gut. War gut. War gut. Wir sind geschossen, ne? Ja, ich... Äh, Schein, musst du dich durch. What the fuck? Ach so, der hat Tötet erst durch. Ich wundere, warum du geschossen hast. Ja... Der fliegt da oben. Ich hab mir gedacht, äh, etwa komm ich jetzt nah zu dem ran oder... Was, die bist du's? Ich wundere. Ich wundere. Was, die bist du sicher? Ich wundere. Tschüsschen. Ey, das war ein Titel. Was, die war gestern der Puri, du? Du hast doch bestimmt die... Weil du vielleicht, äh, weil vielleicht... Ja, natürlich hab ich nicht. Warte. Warte. Ja, warte, ich werde landen. Aber wenn du die zuerst auf den Boden gelegt hast, und zwar brennst du nicht. Ja, leg ihn auf den Boden. Oder? Leg ihn auf die Mitte... Leg ihn hier in die Mitte... Leg ihn hier in die Mitte des Platzes, weißt du? So, 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 so... So ne schöne... Ja... Schön auf Bescheid aufmachen... Ja, schön auf Bescheid aufmachen... Ja, ne toten Reinhörnscheiben, halt die Fresse! Ach, du redest... Oh, malala, oh, malala, oh, malala, oh, malala, oh, malala, ey! Die göldliche Wirkung, die wirkt! Bist du grad ernsthaft ins Feuer gerannt, Max? Ist das wirklich safe decay? Max, bist du grad ernsthaft ins Feuer gerannt? Der decay? Wo ist der decay? Der ist tot. Wird er nicht suchen. Okay. Also Dicke ist tot und Paul ist tot, wer ist es dann? Äh, Paul. Da ist Dominik. Ja, warte, ich werd jetzt jemanden wiederbeleben. Oh, immer noch nicht! Währenddessen suche ich Dickei. Klup! Wow! Von... ...na oben! Jetzt springt er dich wieder runter, Dickei! Ich will Max da einfach raus, Lerf, und instantan wieder weggebombt wird. Ach, wir sind warm fliegen, der Junge. Ey, ich hab noch gebrüllt, wenn dir Dickei schießt, weißt du? Du stehst mich hinter der Wand und sterben! Ich hab noch nie einen toten Reden gehört! Ach, guck mal, komm's hin. Da muss man halt diese Runde Solo-Carryen, Alter. Fein Sieg, ey! Fein Sieg, ey! Ich seh hier jeder Amok, Leute. Ich seh, ich seh den Racken im Grab in der Hand und tu einfach nichts! Das war so verdient, ne? Das war so verdient! Warst du jetzt allerdings gesagt, ich hätte dir auch was Schönes gekauft? Ne, du hast sofort angefangen zu schießen! Ja, wo du sagtest, ey, die gehört einen Raketenwerfer in der Hand! Ne, das habe ich nicht gesagt! Oh... Ja, das hat niemand gehört, kann das sein? Was? Ne, ich hab das auch nicht gehört. Ne, nur als ich denn geschrien habe, die, 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 die! Okay! Ja, das hab ich dann gehört! Ey, ey! Ey, ey! Meine Waffe! Ey, meine Waffe! Oh! Meine Waffe! Oh, Pocket Weifel! Die ist gar nicht mal schlecht! Ich mag die Pocket Weifel gar nicht! Ja, das ist besser als gar nicht! Ja, du bist du Dominik, 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 hinter dir, hinter dir! Ich bin ja auch für mich, ich bin ja auch für mich, ich bin ja auch für mich! Ich bin ja auch für mich, ich bin ja auch für mich! Warum? Den Überspring kannst du auch so! Oh! Ey, schauen, sollen wir dritten machen? Du müsstest einfach nur den Daxsharp machen! Wir dritten machen! Den Daxsharp machen! Die Daxsharp! Die Daxsharp! Die Daxsharp! Ja, ja, und jetzt tut es mich wieder! Fuck you all, bitches! Was hast du? Oh Gott! Hütender Bulle! Hütender Bulle! Hütender Bulle! hier kann man rein der ddl gibt die guten dill bewertet ist und die auf gott sind hier viele was ist die bitte weg hast du das soll ja nicht passiv das sind die verlassen da unten mit der ist weil ich immer noch eine vernünftige anfeuerwaffe haben möchte so nicht wenn du eine vernünftige standard erfasst ist einer schon tot garten zwerg ist safe traiter wenn ich gleich sterbe das ist garten zwerg ist eine freudige garten zwerg sagt gar nichts mehr ich habe immer mehr scheibe ja von hasbro bleibt doch stehen ich habe es mit paul getötet und der der detektiv ist gerade hier gestorben wer von uns soll den kräppel hook haben ich wo ist der shoppen oder was da in der ecke willst du shoppen soll ich dich in ruhe lassen ok dumm und ich sind ja ich bin safe ich habe ein kräppel hook wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu und dazu soll es bei deinem leben wieder nachfüllen oh fuck stimmt hä wie kwie ach stimmt hast du mich getroffen was auch frei ähm hier ist jemand gestorben ja in der nähe da ist der twater buh bw Moment, ich schaff das. Wo ist der denn? Ja, egal. Den findet eh keiner mehr. Oh, die, ha, ha. Also, Max, die Capas, die. Es leben nur noch wir beide und der Treader, Paul. Geht ganz ruhig zum Meer. Ja, es ist Max. Ach, weiß ich ja gut. Max, es ist. Paul? Wir müssen zusammenhalten, ich weiß bloß nicht, wo du bist. Ja, und du wärst, du wirst es auch nicht sagen, genau. Ich sag auch nicht, wo ich bin. Wobei, der mich wahrscheinlich schon gefunden hat. Aber, weil Max schon so lacht, so. Ja, der ist unten bei der Baumreihe. Du darfst nicht verraten, bist du noch. Okay. Du kannst nicht einpüten, wenn ich mal Punkte bekomme. Sorry, dass Paul ein paar drei normale Rüstungen hat. Hasi als Maul. Hä, ich bin unten. Wo ist der? Baumreihe. Guck mal noch, glaub ich. Ja, der hat ne Schrottflöte. Der ist wounded as fuck. One shot! Oh, schau. Ach, Mann, Alter. Ja, die Waffe ist ein bisschen zu hoch. Ja, das war mal nur 10 HP oder so. Ja. Alter, Amor schützt ja mal richtig viel. Alter, wie die Family-Fanzen sind. Ja, ich wusste safe, dass du Traitor warst. Na ja, dann. Ich hab leider Schein nicht gefunden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war ja getötet. Untertitelung des ZDF, 2020